Musik Musik Ja, mein Name ist Fatima und ich bin 18 Jahre jung. Ich gehe in Mettmann auf die Schule und mache dort mein Fachabitur. Also ich arbeite in der New Life Church, das ist eine freikirchische Gemeinde. Also ich bin jetzt seit etwas mehr als einem Jahr hier. Wir machen halt Gottesdienste und wir machen alles, was mit Gott eigentlich zu tun hat. Also alles, was mit Jesus zu tun hat, so All-Night-Prayer oder Allgemein-Gebet. Also ich mache alles, was während des Gottesdienstes das Mischpult bedient, also Licht machen. Aber zum Beispiel davor, wenn zum Beispiel irgendeine Lampe nicht geht oder wenn ich irgendwas anders gestellt haben möchte, das mache ich dann auch. So stelle ich dann um oder halt irgendwas umprogrammieren am Mischpult. Am Anfang sah mein Arbeitstag anders aus. Ich bin hingekommen, so eine halbe Stunde vor Beginn des Gottesdienstes und habe mich sozusagen am Mischpult eingefunden, habe halt alles, habe so geguckt, okay, eventuell was für Farben wir nehmen. Allgemein funktioniert alles und so. Das Ehrenamt ist halt, es ist halt nicht nur ein Ehrenamt in dem Sinne, was mir irgendwie so ein bisschen bedeutet oder so, sondern es bedeutet mir eigentlich im Prinzip alles. Und wenn ich halt nicht sozusagen für Jesus in der Kirche arbeiten könnte, das wäre sehr, da würde mir sehr, sehr viel fehlen. Ehrenamt ist für mich halt Spaß auf jeden Fall, also wirklich pure Freude, weil ich das halt alles für den Herrn mache so im Endeffekt. Das ist halt nicht nur Arbeit für Menschen, das ist halt wirklich Arbeit für Jesus und du kriegst viel, viel mehr, wenn du für Gott selber arbeitest, sozusagen. Er gibt dir sehr viel dadurch, ja. Und ich bin auch einfach echt dankbar, das machen zu dürfen, weil es ist auf jeden Fall ein Privileg. Also ich möchte auf jeden Fall damit bewirken, dass Menschen Jesus kennenlernen und dass sozusagen dieser Himmel einfach geöffnet ist, sozusagen den Himmel auf Erden sozusagen holen, ihn damit verherrlichen. Also es bringt mir auf jeden Fall schon was für mein späteres Leben, weil ich bin halt dann gut im Licht machen sozusagen, kenne mich halt schon viel mit Veranstaltungstechnik auf, habe eine Leiterposition schon mal übernommen und habe dann allgemein Leichtigkeit. Mir fällt vieles leichter dadurch, aber das Wichtigste ist halt einfach, dass ich Jesus darin kennengelernt habe, noch mehr kennenlernen werde und das ist eigentlich das Wichtigste, was in meinem Leben halt Relevanz hat. Also eins möchte ich auf jeden Fall noch mit euch teilen, weil mir das echt auf dem Herzen liegt, dass egal wo ihr im Leben steht und egal wie es euch im Leben geht, was für Leid und was für Kummer ihr einfach habt, dass es mir sehr geholfen hat und zwar, dass Jesus einfach der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass er hilft, dass er real ist, dass er mir sehr geholfen hat, mich komplett verändert hat und natürlich, das Leben ist hart, man hat nicht immer so ein schönes Leben und so und ich wurde sehr viel verletzt und das ist halt einfach, aber trotzdem alles egal, weil ich einen Gott habe und beziehungsweise wir haben einen Gott. A. B. 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 Untertitelung des ZDF, 2020